Es ist schon etwas länger her, da ist die Dotcom-Blase geplatzt. Die einen oder anderen werden sich vielleicht noch daran erinnern. Das war während meines Studiums Wirtschaftsinformatik. Und da war die große Diskussion, wie geht es mit der IT weiter? Geht sie wieder zurück in die Nische? Bringt das Studium überhaupt was? Und da kann ich nur sagen, das Studium hat definitiv extrem viel gebracht. Es hat mir ein sehr breites Wissensspektrum vermittelt, aber auch sehr fundiert. Und ich habe das eigentlich in jeder Station meiner Tätigkeit bis jetzt gut gebrauchen können. Ob das jetzt IT-Beratung war, die Leitung von SAP-Programmen, Leitung vom CIO-Office hier in der OMV. Und deshalb kann ich euch sagen, Wirtschaftsinformatik zahlt sich aus. Bleibt dran und bitte bewerbt euch auch bei der OMV. Würde mich freuen, hier neue Talente begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal.